Schönen guten Morgen miteinander und wie geht es euch? Das ist immer die erste Frage, die ich habe. Gestern habe ich den Neives Out geschaut, den neuen Film von Rian Johnson. Es ist wirklich eine Nommage an Krimi. Also mit Daniel Craig und Chris Evans und wirklich super, super Film. Und Büro habe ich gemacht natürlich. Büro darf jetzt in dieser Zeit auch nicht fehlen. Und was habt ihr so gemacht gestern? Und was macht ihr heute an diesem schönen Freitag? Also ich hoffe, dass es schön wird. Und habt ihr schon Pläne für am Wochenende? Und was macht ihr am Muttertag? Das sind so Fragen, die ich heute habe. Was ich mache, weiss ich noch nicht. Vielleicht weitere Anfragen schicken. Oder jetzt mal schauen, was sonst noch so anfällt. Mal mal, etwas fällt mir schon ein. Mal, liebe Freunde, bleib gesund, bleib fresh und bis morgen. Tschüss zusammen.